Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Bevor das Video losgeht, muss ich dir noch etwas zeigen. Und zwar wissen ja viele von euch, dass ich einen Videokurs entworfen habe. Gerade für die Leute, die Probleme mit der theoretischen Prüfung haben, die vielleicht schon mal durchgefallen sind oder sich die Fragen einfach nicht richtig merken können, habe ich diesen Kurs gedreht. Und viele wissen gar nicht, was in diesem Kurs auf sie wartet. Deswegen wollte ich euch da mal einen kleinen Einblick geben. Du findest hier auf der linken Seite die Reiter mit den verschiedenen Lektionen. Zum Beispiel hier Thema 3 ist Verkehrszeichen. Und in diesem Video erkläre ich dir eine halbe Stunde lang, welche Verkehrszeichen in der Prüfung drankommen. Und ich teile auch diese Verkehrszeichen in drei verschiedenen Kategorien ein, damit du nicht durcheinander kommst. Und hier sieht man zum Beispiel alle Verkehrszeichen, alle Gefahrenzeichen, gleich mit den passenden Fragen, die du in der Prüfung gestellt bekommen könntest. Also ich mache natürlich nicht alle Verkehrszeichen durch, sondern einfach nur die, die auch in deiner Prüfung drankommen können. Genau. Und so geht es weiter mit dem Thema Vorfahrt zum Beispiel oder Geschwindigkeit, Halten und Parken, die Faustformel natürlich, alle Zahlenfragen. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass du alle Fragen und Antworten selber liest und ankreuzt. Das findest du hier unter dem vorletzten Reiter bei Hier gibt es alle Fragen. Da kommst du dann auf eine Seite und kannst das dann auch machen. Gut. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit den nächsten 36 Fragen vom Zusatzstoff der Klasse B. Wozu darf an nicht laufenden Parkuhren gehalten werden? Zum Ein- oder Aussteigen? Zum Be- oder Entladen? Zu einem kurzen Einkauf? So, Achtung, hier ist die Frage von Halten. Und zu einem Einkauf, da muss ich natürlich mein Fahrzeug parken. Ausnahmen sind das Be- und Entladen und Ein- oder Aussteigen lassen. Das darf ich kurz an einer nicht laufenden Parkuhr machen. Wie müssen Sie Ihren Pkw gegen Diebstahl sichern? Zündschlüssel abziehen, Lenkradschloss einrasten lassen und Fenster schließen. Differenzialsperre einschalten, aktivieren. Türen und Kofferraum abschließen. So, das ist wieder eine Frage, die sehr häufig falsch beantwortet wird. Gerade wenn man sich einfach mit der Technik nicht ganz so gut auskennt oder vielleicht gewisse Sachen einfach durcheinander bringt. Was du natürlich nach der Fahrstunde auch machst, ist den Zündschlüssel abziehen, das Lenkradschloss einrasten lassen und die Fenster schließen. Klar, Türen und Kofferraum abschließen klingt ja auch relativ logisch. Und jetzt Differenzialsperre einschalten. Ich glaube, manche verwechseln die Differenzialsperre mit der Zentralverriegelung. Die Zentralverriegelung ist nämlich, dass wenn du eine Tür absperrst, dass sich dann automatisch alle Türen absperren. Und eine Differenzialsperre hat absolut nichts damit zu tun. Eine Differenzialsperre, das habe ich in einem anderen Video mal erklärt zum ABS-ESP, irgend sowas. Das hat mit der Kraftverteilung, also des Antriebsstrangs zu tun. Also absolut nichts mit Diebstahlsicher oder sowas. Das kreuzt dann nicht an. Aber es hört sich halt so verlockend an, weil Diebstahl und Sperre und so. Aber das ist falsch. Also hier ist alles richtig und du musst dein Bestmögliches tun, um dein Fahrzeug gegen Diebstahl zu sichern. Das heißt, du musst dein Auto absperren. Ich darf es nicht einfach so im öffentlichen Straßenverkehr unabgesperrt stehen lassen. Klingt ein bisschen komisch, weil es doch mein Auto, wenn es jemand klaut, ist halt meine Schuld oder mein Pech. Nein, du musst es absperren, tatsächlich. Ihr Pkw steht am Fahrbahnrand. Was ist beim Einsteigen richtig? Mitfahrer möglichst vom Gehweg aus einsteigen lassen. Türen auf der Fahrbahnseite erst öffnen, wenn es der Verkehr erlaubt. Das Öffnen der Türen auf der rechten Seite ist immer gefahrlos möglich. Also eins und zwei sind richtig, klar. Die dritte Antwortmöglichkeit ist natürlich Quatsch, weil auf der rechten Seite sind ja meistens dann auch die Radwege. Und gerade wenn du mit Kindern unterwegs bist, die die Tür einfach so aufreißen. Da gibt es dann zum Beispiel auch die sogenannte Kindersicherung, dass man die Tür nur von außen öffnen kann und nicht von innen. Was ist beim Ein- oder Aussteigen von Kindern richtig? Kinder möglichst auf der Gehwegseite ein- oder aussteigen lassen. Also das ist natürlich schon richtig, weil rechts auf der Gehwegseite ist es natürlich gefahrärmer als auf der Straße, klar. Kinder dürfen auf öffentlichen Straßen nicht ein- oder aussteigen. Das ist Quatsch. Kinder auf der Fahrbahnseite nur unter Beaufsichtigung ein- oder aussteigen lassen. Ja, das klingt besser. Also dass die gar nicht einen aussteigen dürfen auf der Fahrbahn, das stimmt natürlich nicht. Seht ihr vor, du hast drei Kinder oder zwei reichen ja auch aus. Dann muss ja zwangsweise eins auf der Fahrbahnseite aussteigen. Achtung, es gibt einen Unterschied zwischen Abschleppen und Schleppen. Schleppen ist über eine längere Distanz und Abschleppen gilt nur bis zum nächstmöglichen Verwertungspunkt oder zur nächstmöglichen Werkstatt. Und da reicht es, wenn du die Klasse B, also den ganz normalen Autoführerschein hast. Ansonsten fürs Schleppen bräuchtest du tatsächlich Klasse BE. Ein PKW mit Bremskraftverstärker ist mit Motorschaden liegen geblieben. Was ist beim Abschleppen richtig? Jetzt musst du erst mal wissen, was ein Bremskraftverstärker ist. Hat das denn jedes Auto? Hat das mein Auto auch? Ja, also normalerweise hat ein Bremskraftverstärker jedes Auto, ein Motorrad normalerweise nicht. Das ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Ein Bremskraftverstärker verstärkt deine Bremskraft. Das ist ein Zylinder hinter der Bremse. Du musst dir vorstellen, da wird Luft rausgesaugt. Also sprich, in diesem Zylinder ist ein Vakuum. Und wenn du jetzt deinen Fuß auf die Bremse legst, dann sorgt dieser Unterdruck dafür, dass das Bremspedal einfach weiter angezogen wird, als du auf das Bremspedal draufdrückst. Also es verstärkt deine Bremskraft. Auch mit erhöhtem Pedaldruck kann beim abgeschleppten PKW nur eine geringe Bremswirkung erreicht werden. Die Wirkung der Fußbremse wird durch den stillstehenden Motor nicht beeinträchtigt. Möglichst eine Abschleppstange benutzen. Auch hier muss man sich mit der Technik ein bisschen auseinandersetzen. Und zwar habe ich ja vorhin gesagt, dass da ein Unterdruck erzeugt wird. Und dieser Unterdruck kann natürlich nur erzeugt werden, wenn der Motor läuft. Dementsprechend kann natürlich der Pedaldruck, wenn der Motor aus ist und das Fahrzeug abgeschleppt wird, Warte mal, ich lasse mal kurz noch mal die Antwort vorlesen. Auch mit erhöhtem Pedaldruck kann beim abgeschleppten PKW nur eine geringe Bremswirkung erreicht werden. Das ist richtig. Also du trittst auf die Bremse ziemlich stark, aber du hast dennoch nicht die volle Wirkung, als wenn der Motor laufen würde. Und hier ist ja die Rede von einem Motorschaden. Also der Motor funktioniert nicht. So, die Wirkung der Fußbremse wird durch den stillstehenden Motor nicht beeinträchtigt. Das stimmt nicht. Die wird sehr wohl beeinträchtigt. Und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, es gibt ja zwei Möglichkeiten, ein Auto abzuschleppen. Entweder mit einem Seil oder einer Stange. Und das Seil hat ja den Nachteil, dass wenn der Vordermann bremst, dann würde das hintere Fahrzeug ja auf den Vordermann auffahren. Und mit einer Stange wird praktisch das hintere Fahrzeug auch abgebremst. Was natürlich, wenn der Motor bei dem hinteren Fahrzeug nicht funktioniert, besser wäre. Also eins und drei. Ein PKW mit Servolenkung ist mit Motorschaden liegen geblieben und soll abgeschleppt werden. Was ist richtig? Auch hier sollte man wieder wissen, was eine Servolenkung ist. Das ist im Prinzip genau das gleiche wie ein Bremskraftverstärker, nur, dass es deine Lenkkraft unterstützt und nicht die Bremskraft. Die Lenkung am liegen gebliebenen PKW ist blockiert. Die Lenkung am liegen gebliebenen PKW geht wesentlich schwerer. Die Lenkung am liegen gebliebenen PKW ist nicht beeinträchtigt. Also wieder Motorschaden, das heißt die Nebenaggregate funktionieren nicht. Also sprich die Lenkkraftunterstützung, die Servolenkung funktioniert auch nicht. Blockiert ist sie nicht, aber sie geht wesentlich schwerer. Blockiert wäre das Lenkrad nur dann, wenn der Zündschlüssel nicht stecken würde. Also wenn das Lenkradschloss eingerastet wäre. Aber davon ist ja hier nicht die Rede. Das hast du vielleicht schon mal in der Fahrstunde erlebt, wenn du ins Auto einsteigst und du hast schon mal vielleicht versucht zu lenken, ohne dass der Schlüssel steckt oder dass der Schlüssel sich im Innenraum befindet. Dann lässt sich das Lenkkrad nämlich nicht drehen, weil das Lenkkradschloss noch aktiv ist. In welcher Entfernung ist das Warndreieck aufzustellen, wenn ein Fahrzeug auf einer Straße mit schnellem Verkehr liegen geblieben ist? Das sind 100 Meter Entfernung. Wie müssen Sie nachts ein Fahrzeug sichern, das an einer Stelle liegen geblieben ist, an der es eine Gefahr für den übrigen Verkehr bildet? Warndreieck in ausreichender Entfernung aufstellen. Rückfahrscheinwerfer einschalten. Sofort Warnblinklicht einschalten. Also Warndreieck ist klar. Warnblinklicht natürlich auch. Rückfahrscheinwerfer, kompletter Blödsinn. Wie würdest du denn die Rückfahrscheinwerfer einschalten? Dazu müsstest du den Rückwärtsgang einlegen. Dann gehen hinten die Rückfahrscheinwerfer an. Aber das ist ja kompletter Quatsch. Also. Nein. Wann müssen Sie das Warnblinklicht einschalten? Wenn Ihr Fahrzeug an einer Stelle liegen bleibt, an der es nicht rechtzeitig als stehendes Hindernis erkannt werden kann. Bei jedem Be- oder Entladen. Wenn Sie in zweiter Reihe parken. Also eins natürlich. Das war ja praktisch in der Frage davor auch schon der Fall. Die markiere ich mir übrigens mal. Die ist ja ganz interessant. Mit dem Rückfahrscheinwerfer. Kann ich mir vorstellen, dass das irgendjemand ankreuzt. Be- oder Entladen. Oder wenn ich in zweiter Reihe parke. Das machen viele ist natürlich komplett falsch. Also in zweier Reihe parken darfst du schon mal gar nicht. Wenn ich das Warnblinklicht anmache, dann schon gleich dreimal nicht. Und beim Be- und Entladen. Warum soll ich da das Warnblinklicht einschalten? Also. Kompletter Quatsch. Da ist nur die erste Antwortmöglichkeit richtig. Was ist beim Abschleppen zu beachten? Abschleppseil, Abschleppstange muss deutlich gekennzeichnet sein. Motorräder dürfen nur mit fester Verbindung abgeschleppt werden. Der Abstand zwischen den Fahrzeugen darf nicht größer als 5 Meter sein. Und das ist auch wieder eine Frage, die immer und immer wieder falsch beantwortet wird. Weil sie es einfach schon so gut anhört. Also fangen wir von oben an. Die Abschleppstange oder das Abschleppseil muss kenntlich gemacht werden. Deutlich gekennzeichnet werden. Das ist richtig. Dann Motorräder dürfen nur mit einer festen Verbindung abgeschleppt werden. Das hört sich einfach toll an. Weil Motorräder ist vielleicht etwas Besonderes. Feste Verbindung, also eine Stange. Ja. Hast du schon mal ein Motorrad gesehen, welches abgeschleppt worden ist? Nein. Motorräder dürfen nicht abgeschleppt werden. Du darfst auf gar keinen Fall die zweite Antwort hier ankreuzen. Hört sich super an. Hat sich irgendjemand ausgedacht, der viel Fantasie hat. Aber es stimmt halt einfach nicht. Motorräder dürfen nicht abgeschleppt werden. Da brauchst du einen Anhänger. Dann kommst du mit dem Anhänger und musst halt das Motorrad auf den Anhänger packen. Aber es darf so nicht abgeschleppt werden. Der Abstand zwischen den Fahrzeugen darf nicht größer als 5 Meter sein. Das ist auch richtig. Das musst du auch später irgendwann mal, glaube ich, eintippen. 5 Meter ist dann da die Antwort. Wo dürfen Sie die Lichthupe zum Anzeigen der Überholabsicht benutzen? Außerorts am Tage. Außerorts bei Dunkelheit. Innerorts bei Dunkelheit. Ja, also Lichthupe ist ja grundsätzlich ein Gefahrenzeichen. Allerdings darf ich es außerorts zum Ankündigen des Überholvorgangs benutzen. Ob jetzt am Tage oder in der Dunkelheit, sollte eigentlich absolut keinen Unterschied machen. Aber innerorts, wie gesagt, darfst du das nicht. Woran können Sie erkennen, ob die Nebelschlussleuchte eingeschaltet ist? An der roten Kontrollleuchte. An der blauen Kontrollleuchte. An der gelben Kontrollleuchte. Also Nebelschlussleuchte. Die Nebelschlussleuchte ist ja hinten. Es gibt ja noch die Nebelscheinwerfer, die sind vorne. Rote Kontrollleuchte. Also rot ist ja immer Gefahr. Wenn irgendwas rot aufleuchtet, dann stimmt was nicht. Die einzigste blaue Kontrollleuchte ist das Fernlicht. Das kann es auch nicht sein. Also bleibt dann nur noch die gelbe Kontrollleuchte. Und die gelbe Kontrollleuchte steht für die Nebelschlussleuchte. Nebelscheinwerfer werden übrigens grün. Die Sicht ist erheblich behindert. Wann dürfen Sie Nebelscheinwerfer einschalten? Okay, Nebelscheinwerfer, das sind jetzt die anderen. Die sind vorne am Fahrzeug. Die Nebelschlussleuchte war ja hinten am Fahrzeug. Bei Regen. Bei Nebel. Bei Schneefall. Und einer der größten Unterschiede, habe ich auch ganz ausführlich im Videokurs erklärt, ist, dass du die Nebelscheinwerfer anschalten darfst bei diesen drei, also bei Regen, Nebel oder Schneefall. Und die Nebelschlussleuchte musst du anschalten. Sie fahren nachts auf unbeleuchteter Straße. Ein Fahrzeug fährt in geringem Abstand voraus. Welches Licht müssen Sie dabei eingeschaltet haben? Standlicht allein. Abblendlicht. Fernlicht. Also natürlich fährst du nachts mit Abblendlicht. Und weil ein Fahrzeug vor uns fährt und wir den blenden würden, dürfen wir das Fernlicht nicht einschalten. Wann dürfen Sie auch am Tage Nebelscheinwerfer einschalten? Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Eis auf der Windschutzscheibe. Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel oder Schneefall. Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Regen. Also Nebelscheinwerfer, Regen, Nebel oder Schneefall. Eis auf der Windschutzscheibe, da hast du halt nicht gut genug gekratzt. Wann dürfen Sie Nebelschlussleuchten einschalten? So, Achtung, die Frage ist ein bisschen blöd formuliert. Wann müssen Sie die Nebelschlussleuchte einschalten? Wäre es passender? Also du musst sie anschalten. Wenn, und jetzt pass auf, wie gesagt, es gibt einen großen Unterschied zwischen Nebelscheinwerfer, Regen, Nebelschneefall und der Nebelschlussleuchte. Wenn durch starken Regen die Sicht behindert wird. Nein. Wenn durch Nebel die Sichtweite weniger als 50 Meter beträgt. Wenn durch Nebel die Sichtweite 100 Meter beträgt. Also du musst die Nebelschlussleuchte anschalten, wenn die Sicht bedingt durch den Nebel nicht mehr als 50 Meter hergibt. Also wenn ich durch den Nebel nicht weiter als 50 Meter sehen kann, muss ich die Nebelschlussleuchte anschalten. Wo genügen beim Parken eines Pkw auf unbeleuchteten Straßen Parkleuchten? Innerhalb geschlossener Ortschaften. Auf Seitenstreifen von Autobahnen. Außerhalb geschlossener Ortschaften. Es gibt das Standlicht und es gibt die Parkleuchte. Und das Standlicht, das ist vorne und hinten, links und rechts, jeweils ein relativ schwaches Licht. Und die Parkleuchte, die setzt du meist mit dem Blinker und sorgt dafür, dass das Standlicht praktisch nur auf einer Seite eingeschaltet wird. Und das musst du machen, wenn innerhalb geschlossener Ortschaften die Fahrbahn nicht ausreichend beleuchtet ist. Also nur innerorts. Wie können Sie während der Fahrt erkennen, ob Fernlicht eingeschaltet ist? Das haben wir vorhin schon gesagt, das ist die blaue Kontrollleuchte. Ja, was ist das jetzt schon wieder? Leuchtweitenregelung. Wenn du dein Auto hinten stark belädst, dann taucht es ja hinten ein und vorne würde es praktisch dann nach oben statzen und den Gegenverkehr mit deinem Abblendlicht blenden. Deswegen gibt es die sogenannte Leuchtweitenregulierung. Damit kannst du dann die Scheinwerfer einstellen bzw. die Leuchtweite halt dementsprechend regulieren. Also damit kann ich den Gegenverkehr blenden. Und wenn die Scheinwerfer allerdings zu niedrig eingestellt sind, dann habe ich natürlich auch eine zu geringe Sichtweite. Also 2 und 3 sind hier richtig. Dürfen Sie bei Dunkelheit nur mit Begrenzungslicht Standlicht fahren? Ähm, ja, das kann ich dir gleich sagen und zwar... Nein. Nein. Also natürlich durch äußere Einflüsse und wenn deine Windschutzscheibe beschlagen ist, dann würde ich dir empfehlen, die Klimaanlage anzuschalten. Denn die Klimaanlage trocknet auch die Luft. Also wenn du im Winter zum Beispiel aus dem Fitness kommst oder aus dem Schwimmbad, lässt dich ins Auto rein, da werden die Scheiben höchstwahrscheinlich gleich beschlagen. Schaltest du die Klimaanlage ein, also diese Taste, wo AC draufsteht, Air Conditioner, dann trocknet die die Luft und die Scheiben sollten nicht beschlagen. In welchen Fällen müssen Sie bei Dämmerung oder Dunkelheit nur die Begrenzungsleuchten, Standlicht einschalten? Wenn das Fahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaften auf dem Seitenstreifen geparkt wird. Beim Fahren auf Straßen mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung. Also das Standlicht wird natürlich nicht zum Fahren, sondern höchstens dann hier zum Stehen, also zum Parken verwendet. Und das außerorts, ja. Innerorts war ja die Parkleuchte ausreichend, außerorts brauchst du das Standlicht. Welche Richtgeschwindigkeit gilt für Pkw und Motorräder auf Autobahnen? Das sind 130 kmh. Sie nähern sich auf dem linken von zwei Fahrstreifen einem Fahrzeug, das gerade zum Überholen ausschert. Wie verhalten Sie sich? Dichter auffahren, hupen und blinken. Zum vorausfahrenden ausreichenden Abstand einhalten. Den vorausfahrenden überholen lassen. Also Abstand ist immer gut und defensiv einfach überholen lassen. Ganz ruhig bleiben, dann passt das schon. Sie fahren bei geringer Verkehrsdichte auf einer Autobahn. Wie lange dürfen Sie den linken Fahrstreifen benutzen? Solange Sie hinter einem Fahrzeug fahren, das auf dem linken Fahrstreifen überholt. Solange es nötig ist, um andere Fahrzeuge zu überholen. Ständig, solange kein anderes Fahrzeug Sie überholen will. Also natürlich solange, wie ich überhole. Denn ich habe hier Rechtsfahrgebot und darf den linken Fahrstreifen nur zum Überholen benutzen. Aber die erste Antwort ist ein bisschen komisch. Solange Sie hinter einem Fahrzeug fahren, das auf dem linken Fahrstreifen überholt. Naja gut, wenn das Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen überholt und ich fahre hinter diesem Fahrzeug her, dann überhole ich ja auch, oder? Hm, was würdet ihr sagen? Wie ist diese Antwort zu verstehen? Ich finde die ein bisschen komisch formuliert, weil da könnte man auch was anderes rein interpretieren. Ich kreuze die mal nicht an. Doch! Ah, haben wir doch richtig gedacht. Naja, okay. Also klar, ne? Wenn wir hinter einem Fahrzeug herfahren, welches überholt, dann überholen wir ja auch die, die auf dem rechten Fahrstreifen fahren. Ja, gut. Okay, müssen wir uns halt so merken. Ich habe es jetzt nicht angekreuzt, weil irgendwie habe ich mir gedacht, hm, ein bisschen komisch. Da könnte auch was anderes gemeint sein. Aber gut. Was gilt auf Kraftfahrstraßen? Einfahren nur an Kreuzungen und Einmündungen. Wänden verboten. Bei Dunkelheit darf schneller gefahren werden, als es die Reichweite des Abblendlichts zulässt. Also eins und zwei sind da richtig. Natürlich darf ich nicht schneller fahren, als ich sehen kann. Welche Höchstgeschwindigkeit muss in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein, um Autobahnen benutzen zu dürfen? Oh, jetzt musst du aufpassen. Und zwar, ähm, also es sind normalerweise 60 kmh. Allerdings gibt es eine Frage, da sind 60 kmh richtig. Und eine Frage, da sind 61 kmh richtig. Also, ich darf Autobahnen befahren, wenn ich mindestens 60 kmh schnell fahren kann oder darf. Jetzt ist die Frage, muss da jetzt 61 drinstehen? Naja, 60 ist 60, ne? Fertig. Ja, 60 passt. Aber wie gesagt, es gibt eine Antwortmöglichkeit, da ist 61 nicht auch richtig. Die kommt bestimmt noch. Die sind ja so schön nach Themen hier sortiert. Kommt bestimmt auch noch. Auf einer Autobahn mit drei Fahrstreifen hat sich ein Stau gebildet. Wo ist die Gasse für Rettungsfahrzeuge zu bilden? Zwischen dem mittleren und dem rechten Fahrstreifen. Auf dem Seitenstreifen. Zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen. Genau, also die Rettungsgasse wird bei zwei Fahrstreifen in der Mitte gebildet und bei drei Fahrstreifen zwischen dem linken und dem mittleren. Ihr Fahrzeug ist auf der Autobahn liegen geblieben. Was ist beim Abschleppen zu beachten? Während des Abschleppens haben beide Fahrzeuge Warnblinklicht einzuschalten. Die Autobahn muss bei der nächsten Ausfahrt verlassen werden. Die Autobahn darf bis zu der Ausfahrt befahren werden, die einer geeigneten Werkstatt am nächsten liegt. Also du musst bedenken, du darfst ja nicht sehr schnell fahren mit dem Abschleppen. So um die 30 kmh. Und natürlich müssen beide Fahrzeuge das auch kenntlich machen, indem sie Warnblinklicht anschalten. Und die Autobahn muss natürlich auch bei der nächsten Ausfahrt verlassen werden, weil es wäre natürlich sehr gefährlich, wenn du auf der Autobahn mit 30 kmh fährst. Das Ganze machst du übrigens auf dem Pannesstreifen und nicht auf dem Fahrstreifen. Und ich muss die Autobahn an der nächsten Ausfahrt verlassen, weil das sehr gefährlich ist, so langsam zu fahren. Also rückwärts fahren ist natürlich verboten. Halten auf dem Seitenstreifen. Jetzt musst du aufpassen. Halten ist eine freiwillige Fahrtunterbrechung. Wenn ich eine Panne habe, dann ist es eine unfreiwillige Fahrtunterbrechung. Also das macht einen großen Unterschied. Und das Halten, also das freiwillige Halten, ist natürlich verboten. Auf Autobahnen gibt es eine Ausnahme. Ich darf natürlich auch schneller fahren, als es mein Abblinklicht zulässt. Sonst dürfte ich nachts, könnte ich mein Fahrzeug ja gar nicht so schön ausfahren. Sie sind mit einem LKW mit Anhänger unterwegs und wollen gefälligkeitshalber eine Person mitnehmen. Wo dürfen Sie diese unterbringen? Also es dürfen Personen weder im Anhänger noch auf der Ladefläche transportiert werden. Wofür müssen Sie vor Antritt einer Fahrt mit Ihrem PKW sorgen? Dass keine Gegenstände, zum Beispiel Verbandkasten, Autoatlas, Fotoapparat lose auf der hinteren Ablage liegen. Das klingt doch gut. Dass Sie nach hinten ausreichende Sicht haben. Ja. Dass auch die Mitfahrer die vorhandenen Sicherheitsgurte anlegen können. Ja, also alles ganz wichtig. Du als Fahrzeugführer bist dafür verantwortlich. Wie dürfen Sie in Ihrem PKW ein Kleinkind mitnehmen? Auf dem Schoß einer erwachsenen Person. In einer für das Kind geeigneten Rückhalteeinrichtung mit Prüfzeichen. In einer Baby-Tragetasche auf den hinteren Sitzen. Baby-Tragetasche. Also natürlich in Deutschland alles mit Prüfsiegel und so weiter. Hier ist die zweite Antwort die richtige. Wie dürfen Sie in Ihrem PKW ein fünfjähriges Kind mitnehmen? Auf einem hinteren Sitz mit serienmäßigem Dreipunktgurt. Ah, Achtung. Hier ist die Betonung auf fünfjähriges Kind. Da reicht nämlich der Sitz mit Dreipunktgurt nicht aus. Auf der hinteren Sitzbank mit angelegtem Beckengurt. Das schon gar nicht. In einem für das Kind geeigneten Kindersitz mit Prüfzeichen. Natürlich nur mit einem Prüfzeichen. So, und da muss ich gerade an Thailand denken, wo die Familie zu dritt auf einem viel zu kleinen Roller fährt. Vater und Mutter hat eventuell einen Helm auf. Und das dreijährige Kind, das wird da so im Arm gehalten, ohne jegliche Schutzkleidung. Ja, aber natürlich in Deutschland hier alles mit Prüfsiegel und Stempel und Dreipunktgurt und allem Möglichen. Na gut, ja, ich hoffe das Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, wenn es dir geholfen hat, dann lass mir bitte einen Daumen nach oben da. Ja, ansonsten ein Abo wäre natürlich auch super, damit du die restlichen Videos nicht verpasst. Ich mache natürlich noch alle restlichen Videos zum Zusatzstoff durch. Und ansonsten schau doch noch in die Playlist vom Grundstoff. Da habe ich schon alle Fragen verfilmt, die du im Führerschein zum Grundstoff dran bekommen könntest. Gut, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.